Zum Nikolaus wird viel Schokolade verschenkt. Das sorgt aber den Produktionsländern nicht immer für leuchtende Kinderaugen, oder? Ja, unsere Kinder hier in Deutschland, in Europa freuen sich, wenn sie Süßigkeiten bekommen, wenn sie Schokoladen-Nikoläuse bekommen. Aber leider freuen sich die Kinder, die in den Ländern leben, wo Kakao produziert wird, oft nicht, weil weltweit arbeiten ungefähr zwei Millionen Kinder auf Kakao-Plantagen. Sie arbeiten mehrere Stunden, um den Unterhalt der Familie mitzufinanzieren. Und deswegen wollen wir Grüne, dass man faire Schokolade kauft, faire Nikoläuse kauft, weil dort ist ausgeschlossen, in diesen fairen Produkten, dass Kinderarbeit drinsteckt. Was tut denn die Landesregierung für fairen Handel? Indem wir ein Gesetz gemacht haben, was allen öffentlichen Verwaltungen, der Landesregierung, den Stadtverwaltungen, den Kreisverwaltungen vorgibt, dass, wenn es das gibt, dass sie faire Produkte kaufen. Das sind 50 Milliarden Euro, die im Jahr dort umgesetzt werden. Und von daher ist das ein ganz starker Hebel, um ausbeuterische Kinderarbeit, aber auch andere gesundheitliche Schädigungen in den Herkunftsländern zu vermeiden. Zur Weihnachtszeit wird ja auch viel gespendet. Worauf kann ich denn achten, damit meine Spende nicht in den falschen Händen landet? Spenden ist erstmal ganz wichtig, dass wir ein Stück von dem Überfluss, den wir haben, abgeben. Man kann darauf achten, es gibt ein Spendensiegel, das ist vom DZI angelegt. Dort kann man nachschauen, ob die Organisation, der man spenden will, dort aufgeführt ist. Und man kann auch im Internet gucken, wie viel Anteil an Verwaltungskosten jeweils eine Spendenorganisation braucht. Das ist sehr unterschiedlich. Und danach kann man seine Entscheidung treffen. Generell gilt besser einer Organisation Geld geben und dann gilt auch lieber Geld geben als Sachspenden. Sachstände kommen meistens nicht so gezielt dort an, wo sie gebraucht werden. Und wenn man das beherzigt, dann geht man einen guten Weg.